recht herzlich willkommen zur 27 folge von avorian unser schiff war jetzt mal aufgerüstet sind in einen neuen sektor gesprungen und irgendwie ist hier aber auch nichts los wenn ich das mal so sagen darf es nichts wirklich nichts zu sehen außer wo das stand doch auf der karte oder der blinkte darauf der karte auch grün 247 355 ja weiß ich auch da nicht weil der sterntore sind vielleicht 244 353 steht das dabei wo es hingeht nein bereit dass das west nordwest tor west nordwest tor das wäre sogar das richtige dann fliegen wir doch da mal hin oder dann müssten wir da rauskommen also weiter fliegen können wir unser sprungbereich weil das ein sprungtor ist sieht schon interessant aus oder so da sind wir raus und dann gucken wir mal gerade in den map und wir sind tatsächlich der lang gesprungen weil vorher waren wir wohl hier das ist ein grüner punkt hier gibt es auch sachen wie man sieht ressourcendepot leiterfabrik plasma zellenfabrik waffenfabrik und der brauerei gibt es hier auch cool und die sind nur andere leute auf jeden fall so ja dann ist jetzt die frage wo fliegen wir hin das ist das fusionskernfabrik das plasma zellenfabrik da unten dass die brauerei und hier gibt es die waffen erstmal denke ich mal das ist erst mal unser erstes ziel oder interagieren schütztürme bauen abfraggläser ok gut lass uns mal gerade erst mal einmal noch checken fliegen erstmal näher so und dann müssen wir mal checken wie das denn so bei uns mit dem ding ins aussieht mit dem bauen hatten wir ja schon aber diese karten einbauen das war gar nicht da das war woanders fällt mir gerade ein schiff da war das schiffsmenü glaubt nur hier konnten wir die zusätzlichen karten noch einstecken und wir haben so auch wir haben ja reichlich karten schild booster entschuldigung außergewöhnlich findet und markiert alle interessanten objekte zeigt eine melde wenn interessanter betrunken wurden fortgeschritten haben das systeme ok da sind ja ganz viele sachen wohl dazu gekommen oder radararbeit energie nach schild generator schütze plus drei energie verbrochen wir konnten sie das geschützt turm kontrollsystem für slots wir schütteln zu ok für unbemannte nicht bewaffnete doch unbewaffnete schützt jermain so keine ahnung was das soll aber wir checken das mal und gehen wir da natürlich rausgehen hier mal rein und gucken kann man jetzt noch was bauen rechte maustaste war das das würde gehen ein doppel bolter geschützt turm war das jetzt und dann wäre es hier nur weniger schaden nur für maschinengeschützt turm titan abracker habe ich ausgewählt geht er da auch noch hin weil da stimmt was von drei nein geht nicht dann würde ich fast sagen den entfernen dann abracker dahin ok sind beides jetzt keine ja ja fast chef's menü und dann ist mir noch zu ordner abracken war drei ja richte auch die drei maschinengeschützt turm maschinengeschützt turm gibt es die 1 für also jetzt habe ich hier die 1 nichts gesetzt weil ich da nicht ausgewählt hatte gut sieht's mit personal aus haben wir noch genug läuft das haben wir gerade gecheckt ist ein batterie upgrade und hier gibt es ein schützkontrollsystem das sind weißes geschützt kontrollsystem ok die anderen sind 800 k 800.000 kubikmeter sind das dann zum freischalten benötigt ok da müsste unser schiff noch vergrößern das wäre jetzt reisenhülle als quartiere ok reduziert driften dieser jahre ja konnte man den so daran drehen das mal runter ich will es nach unten wenn man da und da ist es im geht es nach die haben wohl genug ja dann würde ich sagen reicht das erstmal damit aus dem baum menü raus und wir gehen dahin wo andere brauchen wir glaube nicht oder da wollen wir nur f drücken eigentlich oder schütztürme bauen laser kompressor wie kann man da jetzt selber welche bauen oder das waffenfabrik außergewöhnlich außergewöhnlich ein eisenabwrack geschützturm kostet uns das wow und solche teile benötigt man dann um das zu bauen man kann seine eigenen waffen bauen ist das richtig gewöhnlich wäre so außergewöhnlich ist so da brauchst du halt zehn teile davon ok könnte ich das jetzt bauen so müsste ich laser verkaufen ok laser kompressor ok gut laser kompressor lasermodul hochleistungslinse leiter und stahl brauchen dafür wir haben nix davon oh das war falsch das wollte ich nicht wohl nicht getroffen ne güter kaufen ich könnte sogar laser kompressor kaufen oder was haben sie aber leider nicht ne doch da 82 doch da 82 warte mal da nochmal bitte ins menü kompressor 10 modulator 3 ok ok oh kannst du nur zwei von dieser war leisten ok weil die so viel kosten alles klar habe ich verstanden so dann mach das mal nochmal weg so dann mach das mal nochmal weg ja wir müssen also geld haben was das eine fregatte sprungtour das ist ein container achso da oben ist nochmal plasmazellenfabrik was ist denn mit denen hohe anworte güter handeln die haben kein vorrat auch sehr interessant ne ich könnte da was verkaufen schwarzes brett sagt ressourcen knappheit 100 neon die müsste ich dann besorgen aber ich weiß nicht wo ich die herkriege ja da oben ist noch eine fabrik das ist die brauerei das ist bestimmt so voll cool da anzulegen wo erneuern güter handeln die wollen bier oder verkaufen bier und kaufen wasser weizen und pilz ok und was sagt das schwarze brett bei denen die fond bier anzahlung 25 500 zeiten mit 20 minuten belohnung 22 109 bier an einer nahegelegenen station ich probiere das mal aus nicht genug frachtraum in einem schiff ok dann probieren wir das nicht aus doch kann man ja frachtraum erweitern da können wir auch ganz einfach eisenfrachtraum nehmen aber wohin damit ne ich glaube hier dran wäre schon cool das war b war komplett größer ja und das war wie wir frachtraum müssen das dann symmetrisch ist es geworden geht hier irgendwo frachtraum 53 erst okay dann würde ich ja fast sagen machen wir da noch einen frachtraum ist ziemlich schlecht konstruktion eisengerüst wird eisengerüst ausgewählt kleiner machen da auch noch ein gut das gefällt mir eigentlich schon ganz gut frachtraum wieder aussuchen größer machen da auch noch ein wir haben jetzt 81 4 das heißt wir müssen noch größer werden warte mal das passt schon so mal frachtraum so frachtraum 116,4 das wäre jetzt genug antriebstechnisch ist das wohl auch okay und fliegen fliegen geht auch noch so dann noch mal da rein das war die brauerei genau schwarzes brett 109 bier an einer nahegelegenen station das geld kann ich anzahlen ich habe eine zeit damit von 20 minuten ich muss stocken okay dann ist das auch kein problem das kriegen wir auch hin fliegen wir zum docken dahin und dann kaufen wir kaufen wir nicht aber dann holen wir uns das mal rein ich wüsste nur gerne wie wird mir angezeigt da kommen die docken ports da unten schon ok so näher noch fw docken passt schwarzes brett die bier fracht ist immer noch 109 die akzeptiere ich 109 bier neue mission die von bier so jetzt muss ich nur wissen wohin ist das auf der map angezeigt interessant shift taste gedrückt halten fehlermelden nein tutorial nein baumodus nein e mails das ist schadenersatz nö galaxie karte schützmenü spieler menü spielmenü drohner versicherung die zahlung in 26 minuten sektor da muss ich wohin oder 244 353 oder das sektor wo wir sind 244 flotte diplomat mission ne da ist es 253 374 253 374 da muss ich mal 253 das ist nach rechts 374 und die karte verschieben auch mit der rechten maus das ist unten dahin okay und wer ist das keine ahnung das bedeutet koordinaten merken und dann müssen wir doch mal schnell hinspringen ne machen das anders doch um zack koordinaten computer rein da bereit springen der taste fortfahren map koordinaten da rein dahin haben wir noch ein bisschen wartezeit wegen springen 8 sekunden ok so weit wie wir springen so länger dauert das mit mir ganz oder aufladen ja dass der karte koordinaten ins navi eingeben raus aus dem map ja und route ist berechnet und shit hat halb minuten dauert das über antrieb verbraucht aller energie ok das bedeutet eigentlich müssen gucken dass wir zu den sprungtoren nächstes mal kommen auf jeden fall ich glaube ich springe erst hierhin und dann sprungtoren mitnehmen gute berechnet 50 sekunden dauert das das ist ewig ok aber ich würde mal sagen ich kümmere mich darum dass wir da hinkommen springe des und ja und dann schauen wir mal ob wir da irgendwie eine möglichkeit haben da hinzukommen ok da kommt ein händler anschreibt oder unten links her der höpe antrieb der profil die saft wie man da sieht dass man den ausbauen wir brauchen noch stromgenerator wahrscheinlich dann wo ist denn hier dingens da ist er produziert energie das ist da ja dann machen wir da oben schon wieder was minus so aber weißt du was ich pack den generator da einfach mal hin ja geht springen geht springen gut das heißt wir brauchen jetzt ein tor mal gucken west nordwest ist verkehrt das ist das ost nordost tor ich brauche aber ein ost süd tor irgendwie ach so alles klar da kann man nur noch da springen dann ich springe fliegt einmal erstmal zu dem tor hin das ist jetzt das ja aber ich kann keinen power machen ja kein sektor ausgewählt sagte warum fliegt mein schiff nicht schneller weil es nicht saft hat oder was 20 prozent effektivität haben wir nicht genug leute an bord überall passend ja keine ahnung fliegen wir erstmal näher ran hat das auch mit dem sprung antrieb zu tun ok ist wieder dauert ewig dahin zu fliegen wahrscheinlich tja zu langsam gucken sieben sekunden dann ist antrieb bereit aber der ist zu schlecht auf deutsch gesagt jetzt gehen wir erstmal hier rein wo reinkommen so so map und da geht es auf jeden fall dahin jetzt müssen wir wissen wo die tore sitzen süd 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 ost tor das wäre es wohl ich kann hier nicht schneller doch jetzt geht es ich weiß nicht warum er es eben nicht machte keine ahnung fliegt schnell so einmal da rein und gucken wo wir rauskommen map wir brauchen wieder ein süd süd ost tor ist es das ja warum will er nicht beschleunigen was ist denn das da links neben süd ost tor ok passt schon das süd süd ost tor da rechts eine waffenfabrik jetzt geht es keine ahnung warum das länger dauerte gut schauen dass wir da hinkommen ok keine ahnung was die zeichen da oben alles sagen können wir ja mal angucken gerade verbraucht alle ähnliche worten eine gewisse produziert ist gerade so so sind aber auch drinnen map das müssten süd ost tor sein dann süd süd ost tor ist noch ein anderes ich glaube nicht doch da west tor nein wir nehmen das süd süd ost tor ok schwindigkeit gucken dass wir das irgendwie erreichen das tor ohne anzutischen vor allem geht aber durch geflogen noch mal dahin ok habe ich jetzt gebremst vorher und jetzt geht es nicht dahin ja wird eine lange folge ist aber gerade so ich will es jetzt auch gerade doch noch durchziehen habe ich auch nicht gedacht dass ich das machen werde aufträge sind natürlich hammer hart map jetzt müssen wir noch da unten hin kommen kommen weiter ab koordinaten definitiv jetzt so ja vorfliegen bringt glaubt nix sprung ist berechnet springt so so ja ja das sprung rote berechnet und 45 sekunden ich glaube den auftrag können wir gar nicht erfüllen von der zeit her ja ja ist halt so wissen wir jetzt bescheid können wir sprungtechnisch was verbessern dass die frage ne ach ne das war nicht hier das war da oben im schiffsmenü schiffsbooster fortgeschrittene handelssystem radar upgrade energie nach schildkonverter höchstgeschwindigkeitssicherung schließer verbessertes handelseschild booster scanner upgrade radar upgrade waffen energieverbrauch beschleunigung antriebsupgrade beschleunigung batterie upgrade müsste man irgendwie so ein sprungding finden da ist ein quantum hyperraum upgrade sprungreichweite plus eins ja sieht besser aus ne neue koordinaten eingeben aus der karte raus aus dem baumenü raus also das muss hier aus alien schiffe sind aufgetaucht sprung wird noch berechnet sprung war berechnet so da gibt es auf jeden fall ein tor karte ein süd süd ost tor wäre das noch da ich denke mal fliegen dahin und nehmen das und ich glaube von dem sprung würden wir dann auch hinkommen energie ist noch nicht aufgeladen will da nicht sprung geht noch nicht kein sektor ausgewählt sagt er mir gerade fliegen wir dahin egal wie fliegen wir dahin egal wie na komm mal rein da da jetzt geht's aber jetzt bin ich auch schon fast da ne sektor ist geladen karte ist da ok koordinaten einpflegen wir sind dann fast da müssen wir dahin fliegen ja berechnet und wie viele sekunden müssen wir warten keine ruhe können sofort losfliegen das ist cool und dann sind wir hier im sektor und dann haben wir den koordinaten eingegeben das ist da noch sechs sekunden ok da kann man mit leben tja noch zwei sekunden und auf geht's so schiffswerft dorthin muss die fracht gebracht werden da ist er ja dann wollen wir hinfliegen und alles ist gut oder dann haben wir die 22.000 verdient mit so einem sprung hier durch die galaxie hm sich das jetzt gelohnt hat ist die nächste frage ne mehr geht noch nicht akku leer kriegen wir aber auch hin rot sagt das hier über raumangriff ok dann ist das auch notruf von einer unbekannten quelle erhalten kann ich mich jetzt leider nicht drum kümmern ja 383 das ist sie wie sieben sektoren weiter oder so glaube so f ok das war klar doch nur mal an cooler spruch auf jeden fall gut 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 kann man bei f auch drücken hier oder okay dann haben wir die cola gekriegt Geld haben wir gekriegt und gleichzeitig die Lieferung abgegeben. Das ist also doppeltes Geld gewesen. Schiffswerft hat was für einen Auftrag? Keine Aufträge. Okay. Ja, aber dann würde ich sagen, soll es für die Runde erstmal hier reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.